kill me wuuuh Wer findet das so her? Kora, juhu, Kora ist die Gewinnerin Ja, super, alle... Kora, du bist im Sinn, gell? Hatte schon einer gezählt? Nee, ist wirklich doch Was, Kaffee... 16 16, dann schalten wir jetzt auf dem 1. Leben mehr auf 16, dann schalten wir jetzt auf den 1. Leben mehr auf Unerreichbar, glaube ich. Ja, Mutter will da keine Lust gehabt heute? Nein, die ist auf dem Geburtstag eingeladen. Aber doch nicht morgens. Ja doch, die fangen früh an und enden spät. Also das sind dann die dollen Weiber. Wie heißt die jetzt auch Heidi? Schau, na, Mann, ja, André. Nein, die heißt jetzt auch Heidi. Nein, Heidi heißt auch Manni. Überleg mal, ich hab ja einen Verteiler, sag ich mal, hab ich ja gesehen. Ja, ich hab den Verteiler. 60 sind da garantiert. Ich hab da noch gar nicht gezählt. Alle sind da immer da. Aber dann ist schocklos. Die Lucy ist da echt real, ne? Schön. Ja, das ist geil. Ja, das sind doch zwei Rinder. Ja, das ist geil. 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 Das ist geil. Ja, das ist geil. Ja, das geht so wieder mal. Ja, das ist geil. Ja, das war eine Frage, ne? Schiff, 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 schiff. Schiff, 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 schiff.